Yo Bude, ich bin's Nils Bodenheimer von DSM Media und Team Rider für Holesnake Marty Skateboards und ich würde euch heute gern die Holesnake Marty Nadekant Freeride View vorstellen. Die Rolle ist 70mm groß, hat ne Auflagefläche von 38mm, ist 76a Rad, ist Offset und Stone Ground und das bedeutet quasi, dass die Planschicht schon von der Rolle unten ist und ihr direkt nach dem Auspacken fette Slides mit raushauen könnt, ohne dass ihr sie erst einzuladen müsst. Die Rolle ist fürs schnelle Freeriden gedacht, deswegen auch nur 76a, könnt ihr fette Slides raushauen, bekommt aber noch schnell genug einen Hookup um die Kurve zu nehmen und dadurch rutscht ihr nicht aus der Kurve raus. Aber dadurch, dass die Rolle ne relativ schmale Auflagefläche hat, ein Offset Core und abgerundet Lippen, könnt ihr trotzdem fette Slides mit raushauen und auch keine Angst zu haben, dass ihr irgendwie direkt Grip bekommt und heiß haltet. Der Core der Rolle ist weder groß noch klein, dadurch ist sie ein bisschen schneller wie Rollen in der gleichen Größe mit dem kleineren Core, aber die Rolle hat noch ein bisschen mehr Urethan zum Sliden wie die Rolle mit dem größeren Core und dadurch sollte die Rolle auch ein bisschen hinhalten. Ich habe noch kein Shattern oder sonstwas bemerkt, ihr drückt einfach die Rolle raus, die Rolle des Slides und ihr spürt direkt, wann ihr wieder Grip bekommt und das ist ziemlich nice. Ich konnte bis jetzt nur die Rolle bei minus 1 bis ca. 8 Grad testen, da hat sie sich schon ein bisschen gefeint, aber ich denke mal im Sommer, wenn es wärmer ist, lässt sie auch mehr feint. Wenn ihr die Rolle mal auschecken wollt, dann schaut mal in der Videobeschreibung nach oder wenn ihr in der Nähe von Mainz wohnt, geht mal zum Asphaltinstrumente, da ist die Rolle auch fast 55 Euro. Ich denke, das geht auch relativ in Ordnung verglichen zu anderen Rollen. Bis dahin, Spaß beim Skaten, passt auf und sieht sich. Bis zum nächsten Mal.